Moin Leute, Atomkraftwerke verlängern, neu bauen oder komplett weg. Die ganze Debatte, die fängt momentan schon wieder an und wir haben uns das Ganze mal genauer angesehen, denn wie so oft im Leben ist dieses Thema weder schwarz noch weiß, denn die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Und wir möchten heute einige immer wiederkehrende Argumente aus den beiden extremen Lagern etwas genauer unter die Lupe nehmen. Und ich sage es direkt, wir supporten hier keine der extremen Parteien, also weder die absolute Pro-AKW-Bubble noch die absoluten Gegner. Wir zeigen euch heute, was wir gefunden haben und prüfen Argumente beider Lager und ihr bildet euch eure Meinung dann einfach selbst. Das erste Thema, was am häufigsten kommt. Kernkraft ist sicher, sauber und günstig. Diese Grafik hier, die sieht man sau oft, also zum Beispiel auf Twitter und so weiter und die ist unfassbar interessant, aber man muss sich da ein bisschen länger mit befassen. Hier sind nämlich zwei Dinge gezeigt. Das eine ist die Rate an Toten pro erzeugte Terawattstunde Energieproduktion. Und nukleare Energie schneidet hier überraschend gut ab. Und ja, Tschernobyl und Fukushima sind hier eingerechnet. Die Frage ist allerdings, wie? Also grundsätzlich werden hier die direkten wie auch die indirekten Opfer von der beiden Unfälle tatsächlich berücksichtigt. Indirekt sind die, die quasi nicht direkt an den Folgen des Unfalls gestorben sind, sondern erst später durch die Folgen der Verstrahlung und der Verseuchung. Das Problem ist, dass man diese Zahl natürlich nur sehr, sehr schlecht schätzen kann. Die Schätzungen gehen hier von 4.000 bis 60.000 aus und die Grafik, die ihr hier seht, die verwendet die 4.000, also die untere Schwelle. Aber selbst mit den 60.000 würde sich die Reihenfolge hier nicht ändern. Was man auch sehen muss, ist, dass natürlich aber auch Hunderttausende von Menschen in beiden Fällen evakuiert und teilweise auch woanders angesiedelt werden mussten. Und auch diese Tatsache gehört dazu. Ebenfalls zur Wahrheit gehört, dass die Schwere der Unfälle, die wir hier erlebt haben, also bisher erlebt haben, das Maximum darstellen, was möglich ist, das ist unwahrscheinlich. Das heißt, es kann auch schlimmer kommen. Die bisherige Anzahl an Unfällen, die wir hatten, ist Gott sei Dank so gering, dass das noch keine ausreichende Statistik bietet. Aber ich glaube, die wollen wir auch nie haben. Das heißt einfach nur, dass zukünftige Unfälle schwerer sein können, es aber nicht müssen. Das wissen wir natürlich nicht. Wir wissen es einfach nicht. Dem gegenüberstehen, und das muss man halt auch einfach mal sehen, Kohle und Öl, die wesentlich mehr Menschen das Leben kosten, und zwar durch schwere und quälende Lungenerkrankungen infolge der massiven Luftverschmutzung. Das ist ein Punkt, den man auf keinen Fall übersehen darf. Die Medienwirksamkeit von explodierenden Reaktorgebäuden ist natürlich wesentlich höher, da es einfach ein sehr erschreckendes Bild darstellt. Das kommt natürlich viel krasser rüber als die zahlreichen Toten durch diese quälende und langsamen Krankheiten, die die Fossilen halt verursachen. Also auch das, wie gesagt, gehört einfach dazu. Das muss man sehen. Schauen wir uns jetzt aber mal die rechte Seite an, die Treibhausgasemissionen. Hier sieht es ja so aus, als stünden AKWs da ziemlich gut da. Wie sieht es aber jetzt zum Beispiel mit Sachen wie dem Aufbau, dem Abbau, dem Transport von Uran oder von den Brennstoffen insgesamt und so weiter aus? Und das gezeigte Bild, was ihr hier seht, das zeigt die Emissionen über ein Kraftwerksleben. Das berücksichtigt also tatsächlich alle diese Dinge. Man muss hier jetzt aber natürlich dazu sagen, dass diese Lifecycle-Analysen auch immer mit einer sehr großen Unsicherheit behaftet sind, dass so eine Schätzung einfach wahnsinnig schwer ist. Das kann man sich vorstellen. So ein ganzes Leben von einem Kraftwerk ist halt ziemlich kompliziert. Und da gibt es einfach viele Schwankungen. Es gibt nicht das eine Standardkraftwerk, das sich immer so verhält. So läuft das halt im Leben nicht. Ich habe da sowas auch schon mal gezeigt in dem ADAC-Eco-Test-Video. Könnt ihr euch noch mal angucken. Da ging es zwar um Biogas, aber auch dort ist es halt irgendwie schwierig, sowas zu bewerten. Aber nach dem, was wir so recherchiert haben, scheint diese Bewertung hier tatsächlich realistisch zu sein. Also das muss man halt auch sagen. Okay, wie wirtschaftlich sind AKWs? Das ist ja auch ein extrem wichtiger Punkt. Und hier seht ihr jetzt mal die Stromgestehungskosten. Also diese beinhalten die Kosten für den Bau und die laufenden Kosten. Folgekosten wie zum Beispiel Umweltschäden enthalten diese nicht. Ja, also weder für Gas oder für Kohle, noch für die AKWs, noch für PV und so weiter. Man sieht, dass Kernkraft im Laufe der Jahre halt teurer geworden ist und wirtschaftlich dadurch tatsächlich nicht mehr so richtig konkurrenzfähig ist. Jetzt muss man aber die Frage stellen, warum ist das passiert? Und Michael Fitzpatrick erklärt es damit, dass die Regularien halt massiv gestiegen sind und dass es deswegen teurer wird. Aber auch dadurch, dass einfach weniger Kraftwerke gebaut wurden, wodurch die Lieferketten kleiner wurden und natürlich auch schlechter konkurrieren können im Vergleich zu Sachen, die halt viel, viel krasser gebaut werden, wie zum Beispiel PV und Windkraft. Also auch diese Dinge muss man natürlich berücksichtigen. War es unterm Strich schlau, zuerst aus der Kernenergie auszusteigen, also in Deutschland jetzt? Oder hätte man den Kohleausstieg hier vorziehen sollen? Nach dem, was wir alles recherchiert haben, würde ich sagen, man kann es so zusammenfassen. Aus CO2-Sicht wäre das Abschalten einiger Kohlekraftwerke und ein Weiterbetrieb von AKWs vermutlich sinnvoller gewesen tatsächlich. Die Entscheidung des Ausstieges aus der Atomkraft wurde 2011 beschlossen und zwar drei Tage nach dem Fukushima-Unglück. Und das war sicherlich auch emotional und nicht nur objektiv. Allerdings hätte ein Weiterbetrieb der Atomkraftwerke auch dazu führen können, dass der relativ große Aufschwung in den Folgejahren von Wind und Photovoltaik deutlich geringer ausgefallen wäre. Darüber kann man jetzt aber eigentlich nur noch spekulieren. Unterm Strich würde ich jetzt sagen, meckern hilft nicht, es ist passiert. Also scheiß drauf und Blick nach vorne richten und weiter. Es bringt jetzt nichts darüber noch weiter zu reden, es ist halt einfach passiert. Ja, ein Punkt, der ganz oft kommt, ist auch, die großen Energiekonzerne wollen das gar nicht mehr. Und in unserer Recherche nach stimmt dieser Punkt. Die großen Energiekonzerne wollen es nicht mehr. Das ist interessant, weil die Atomkraft ja wirklich viele Unterstützer hat, aber die großen Energiekonzerne scheinen tatsächlich nicht dazu zu gehören. Also das ist irgendwie ein bisschen ambivalent. Das fanden wir sehr interessant. Das hat auch einen Grund. Und zwar ist der Weiterbetrieb von bereits gekündigten AKWs nicht einfach möglich und ist auch verdammt teuer. Langfristige Lieferverträge von Brennstoffen wurden bis zum geplanten Ende der AKWs gekündigt. Personal für den Weiterbetrieb wurde auch nicht mehr ausgebildet. Und notwendige Sicherheitsüberprüfungen, die gesetzlich alle zehn Jahre festgeschrieben sind, die stehen noch an. Also in den letzten drei AKWs, die in Deutschland noch laufen, sind diese Überprüfungen sogar überfällig und sind nur auf Grundlage des Atomausstiegsgesetzes nicht mehr gemacht worden. Diese Überprüfungen sind aber notwendig und würden die Kraftwerke dann einige Monate lahmlegen, wenn man diese im Netz weiter betreiben möchte. Ein temporärer Weiterbetrieb wäre wohl technisch möglich, ist aber alles andere als trivial und vermutlich sehr, sehr teuer. Okay, nach einigen Berichten in der letzten Zeit scheint der Rest der Welt auf Kernkraft zu setzen, nur wir nicht. Das stimmt aber auch nur zum Teil. Weltweit entstehen PV- und Windkraftanlagen und es ist nirgendwo auf der Welt ein Entweder-oder, sondern immer ein Wir-machen-beides. Und in den meisten Ländern auf der Welt wachsen die Erneuerbaren auch wesentlich schneller als neue Kernkraftwerke. China stellt hier tatsächlich eine Ausnahme dar, denn hier baut man die Kernkraft deutlich aus. In den meisten anderen Ländern sind es aber eher einzelne Projekte oder Ersatzneubauten. Der Anteil der Kernkraftwerke sinkt weltweit und zwar schon seit den 90ern. Neue nukleare Technologien. Hier gibt es auch immer wahnsinnig viel, was auftaucht. Fusionen lasse ich jetzt hier mal gerade raus. Das sind drei Konzepte, die ich persönlich immer wieder sehe und die immer wieder aufpoppen und ich stelle nun mal ganz kurz den Stand dieser drei Projekte dar oder dieser drei Technologien. Das ist zum einen der Dual-Fluid-Reaktor. Hier muss man halt sagen, dass es noch keinen Prototypen gibt und dass die Entwicklung vermutlich noch sehr, sehr lange dauern wird. Dann kommt oft immer auch das Wort Thorium-Reaktor. Hier gibt es tatsächlich eine Versuchsanlage in China, aber das Konzept ist tatsächlich gar nicht neu, denn die erste Versuchsanlage wurde in Deutschland 1983 in Betrieb genommen und soweit ich weiß auch dort entwickelt und sehr schnell wieder vom Netz genommen und zwar aufgrund technischer, sicherheitstechnischer und wirtschaftlicher Überlegungen. Ansonsten gibt es noch die Small Modular Reactors, also SMRs. Das sind kleine Reaktoren, die modular in einer Fabrik gefertigt und ausgeliefert werden sollen. Durch die Fließbandfertigung wird eine gute Skalierung und damit eine Wirtschaftlichkeit versprochen. Aber jetzt mal ganz unabhängig von der Debatte, wie sicher, effizient und wirtschaftlich die möglicherweise sein werden, stellt sich eine ganz, ganz andere Frage und die ist halt viel, viel wichtiger. Und zwar geht es darum, wie schnell werden die kommen. Ja, denn wir brauchen jetzt sofort unabhängige und emissionsarme Energien. Das hat wirklich einfach keine Zeit mehr. Wann und ob diese neuen Konzepte nämlich kommen, ist halt einfach spekulativ. PV und Windkraft existieren bereits jetzt und sind günstig und sicher. Aber das heißt nicht, dass diese Technologien, insbesondere global betrachtet, nicht irgendwann interessant werden können. Nur halt jetzt im Moment dauert das einfach noch zu lange und darum geht es, glaube ich, in der ganzen Diskussion. Also das muss man ein bisschen auseinander dividieren. Auch hier muss man aufpassen. Grundlast, das ist immer etwas, was andauernd auftaucht. AKWs liefern sehr konstant Energie und Erneuerbare tun das nicht. Und das ist ein häufig angebrachtes Argument. Woher kommt das Argument überhaupt? Das liegt einfach daran, dass es damals einfach so war. Aber schauen wir uns einfach mal an, wie so die Stromproduktion, die Aufteilung so im Mai 2012 zum Beispiel war. Und da könnt ihr sehen, wie sich das verändert hat. Ich zeige es euch jetzt. Also ihr seht ganz viele große, konstante Balken. Einfach so, das läuft gerade durch. Und das sind diese Grundlastkraftwerke, wie zum Beispiel AKWs. Die liefern halt zum Beispiel in Violett, seht ihr das, super konstant Energie und das die ganze Zeit. Das heißt, irgendwie diesen Part, den ich andauernd verbrauche, den habe ich damit schön abgedeckt. Ich muss nur noch mich um diese Peaks kümmern. Ja, natürlich gehört zu den Grundlastkraftwerken auch sowas wie Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke. Und für die Peaks, die ihr seht, ist dann halt eher das Gas verantwortlich, also Gaskraftwerke. Unterm Strich sieht man aber, dass man hier einen großen Teil an konstanter Energielieferung hat. Und jetzt natürlich die Frage, wie sieht das heute aus? Das ist halt total interessant, wenn man das vergleicht. Das sieht jetzt so in etwa aus. Und in Grau sind jetzt hier die Fossilen und der Rest ist praktisch erneuerbar. Und das ist ein komplett anderes Bild, wie ihr seht. Also da ist viel mehr Dynamik drin. Und das ist Stand 2020. Also das ist alles schon passiert. Was heißt das jetzt? Das bedeutet, wir brauchen nicht zwangsweise diese konstanten Grundlastkraftwerke. Das, was wir wirklich brauchen, sind viel eher flexible Speichermöglichkeiten, flexible Kraftwerke und auch ein smartes Netz. Also einfach gesagt, das wäre halt ganz schön, wenn Verbraucher und Erzeuger miteinander kommunizieren und sich aufeinander einstellen. Also mehr Intelligenz im Netz einfach. Also da geht es um noch ganz viel mehr Sachen, aber so ganz einfach gesagt. Und das ist der Punkt, um den es im Moment wirklich geht. Und auch genau darum sollten wir uns jetzt am meisten kümmern, denn hier gilt es wirklich anzupacken. Ein Punkt, der häufig von AKW-Gegnern gebracht wird, ist, dass die halt einfach vom Bau immer länger dauern und teurer sind, als es geplant wurde. Und ich sage, schauen wir uns das einfach mal an, so ein paar Projekte, und zwar weltweit, auf der ganzen Welt. Zum Beispiel der Bau des bereits genannten AKWs in Frankreich startete bereits 2007 und sollte ursprünglich bereits 2012 ans Netz gehen. Und er sollte ursprünglich 3,4 Milliarden Euro kosten. Durch Verzögerungen ist der Start auf aktuell 2023 verschoben worden und die Baukosten sollen bei 12,7 Milliarden Euro liegen. Das ist beim Bau von AKWs in Europa aber kein Einzelfall, denn auch Finnland hat erst in diesem Jahr ein neues AKW in Betrieb genommen, dieses hier. Und der Bau des Kraftwerks wurde im Jahr 2005 gestartet und sollte ursprünglich 2009 ans Netz gehen und 3 Milliarden Euro kosten. Die Kosten liegen nach Fährdurchstellung aber bei 10 Milliarden Euro. Jetzt muss man aber ein dickes Aber da reinpacken. Vergleicht man nämlich die Bauzeiten und diese ganzen Kosten beispielsweise mit China, dann haben wir beispielsweise aus China das Tianwan 3 bis 4, das hat circa 5 bis 6 Jahre für den Bau benötigt. Also ihr seht, auch das kann schneller gehen und erheblich günstiger sein. Das muss man halt fairerweise auch dazu sagen. Also verallgemeinern kann man diese Aussage in meinen Augen nicht. Das scheint lokale Gründe zu haben, aber es gibt auch Länder, wo das schnell geht und wesentlich effizienter. Also das muss man halt auch einfach dazu sagen. Und das wären ja Dinge, die man möglicherweise auch ändern kann. Also das gehört eben auch zur Wahrheit dazu. Einige Themen konnten wir heute nicht behandeln. Und zwar ist das das Thema Endlagerung, Uranabbau, Reichweite und Ökonomie. Das Thema Uran werden wir nächste Woche beleuchten, denn das Thema ist so interessant und wurde tatsächlich noch gar nicht so häufig behandelt, dass wir der nächste Woche alleine eine Folge widmen, weil das ist echt spannend. Auch das Thema Endlagerung, das würde hier komplett den Rahmen sprengen. Das ist aber auf keinen Fall weniger wichtig. Das ist nicht erwertend gemeint. Ich denke aber, dass wir dem auch noch eine Folge spendieren werden. Das wird aber davon abhängen, wie stark euer Interesse an dem ganzen Kram jetzt hier ist. Zudem muss man auch sagen, zum Thema Endlagerung gibt es bereits sehr, sehr viele, sehr gute Beiträge. Hier ging es uns auch eher um die aktuellen Argumente der jeweiligen Bubbles, also der Pro- und der Contra-Bubble. Und das sind im Moment die Dinge, die so rumgehen und die wollten wir einfach nochmal aufklären. Ja, das Fazit. Schwierig. Ich erst mal danke an Fabian Wischolek, der uns bei diesem Video mega gut supportet hat. Also das fand ich total hilfreich. Also viel, vielen Dank und auch vielen Dank schon mal für die Arbeit, die du dir bei dem Uran-Video mit uns machen wirst. Also ich weiß, dass er da auch mithelfen möchte. Er ist in der Plasma-Forschung tätig und zwar sehr, sehr spannend, sich mit ihm zu unterhalten. Was das Thema angeht, so ist es hier nicht mein Ziel, euch hier irgendeine Meinung aufzudrücken, sondern einfach ein paar mehr Details und Fakten in diese vollkommen überhitzte Diskussion zu bringen. Also es ist wirklich vollkommen überdreht alles. Und das sind die Punkte, die wir genannt haben, sind natürlich nicht alle Punkte, aber das waren jetzt die Punkte, die aktuell oft diskutiert werden. Also zum Beispiel in Twitter und so weiter. Und ich bin jetzt mega gespannt auf eure Meinung. Also legt los, erzählt, was ihr denkt. Ich will es hören. Und nächste Woche, wie gesagt, gibt es auch noch eine Folge zu Uran. Insbesondere wird es da um Uranwirtschaft, um die Reichweite und besonders auch um die unsichere Berechnung der Uran-Bereichweite gehen. Das ist halt auch total interessant, dass das eigentlich wahnsinnig schwer ist zu bestimmen. Also viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.